Du brauchst mal wieder frisch gewaschene Wäsche und willst dabei maximal Energie sparen? Dann haben wir die Waschmaschine dafür. Den Frontlader von Gorenje mit der Energieeffizienzklasse A. Und die hier hat einen Energieverbrauch von 45 Kilowattstunden pro 100 Betriebszyklen. Das ist auch so die ungefähre Menge, die man in einem Jahr waschen würde. In manchen Haushalten kann das natürlich ein wenig mehr werden, aber grob kann man daran den ungefähren Jahresverbrauch abschätzen. Aber nur mit Strom kommen wir beim Waschen nicht weit. Klar, Wasser wäre auch noch wichtig. Und davon braucht die Gorenje 45 Liter pro Waschgang. Das entspricht dem Durchschnitt von modernen Maschinen. Womit wir weiterkommen, wäre ein Like und ein Abo von dir, wenn dir das Video gefällt und du keine Produkt-Highlights mehr verpassen willst. Kommen wir zu den Features der Waschmaschine. Am Zulauf haben wir praktischerweise schon einen Aqua-Stop mit dabei. Der verhindert, während die Maschine nicht benutzt wird, dass der Wasserdruck aus der Leitung in der Wand permanent auf dem Schlauch der Maschine lastet. Stattdessen bleibt er im Rohr. Das verlängert die Lebensdauer des Schlauchs und damit auch der ganzen Maschine. Eine weitere Besonderheit ist die Steam-Tec-Funktion. Damit können wir uns den Weichspüler sparen. Mit einer zusätzlichen Dampfbehandlung am Ende des Waschgangs wird die Wäsche weicher, riecht besser, weil nochmal zusätzlich Bakterien abgetüttet werden und sie bekommt weniger Falten. Welches Programm vor der Dampfbehandlung läuft, kann man übrigens ganz einfach über den Drehknopf hier oben auswählen. Hier kann man das passende Programm aus 16 verschiedenen Waschfunktionen auswählen und starten. Und wenn man mal nicht direkt den Waschgang starten will, gibt es hier auch eine praktische Startzeitvorwahl. Die ist hier im LED-Display sichtbar, wo sonst die Restzeit angezeigt wird. Ja, und während ich jetzt auf meine frisch gewaschene Wäsche warte, kannst du gerne in den nächsten Expertmarkt in deiner Nachbarschaft kommen und dich selbst von der Maschine überzeugen lassen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne vor Ort oder hier in den Kommentaren beantworten lassen. Egal wo, wir helfen dir gerne weiter.